I am a BIP Jo, der geneigte Spieler sieht, ich starte nicht, wo ich zuletzt aufgehört habe. Hatte ein bisschen Probleme mit den Mods gehabt, hab das ein bisschen repariert. Läuft wieder alles. Dann habe ich viel Kopfplatz hier oben, ist jetzt ein bisschen tiefer. Könnte mich natürlich auch gerade hinsetzen, aber nö. Dann ist es hier ein bisschen gewachsen. Na egal. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ich dachte mir, es wäre nur fair, unten mal wieder an der Zeit ein bisschen aufzunehmen. Selbstverständlich wieder mit allem vorgesorgt. Diesmal führe ich ihn langsam ein. Hoffen wir, dass es nicht... Sieht aber ganz gut aus. Ah ja. Eine ganz kleine Schüssel Knabberkram habe ich auch noch, es kam noch was drin. Und mein gutes Mineralwasser habe ich natürlich auch. Und ansonsten alles beim Alten hier. Haus steht noch. Ist noch nicht weiter gebaut. Hier oben ist noch nicht weiter irgendwas gemacht. Und hier unten geht jetzt auch alles wieder. Bis auf, ich glaube, den Ofen, den hatten wir noch nicht wieder angeschlossen. Ich glaube, das war noch alles relativ unfertig. Ah ja, hier. Ich will mir ja keine Beule holen. Der muss nochmal zurückgezahlt werden, irgendwann der Coldust. Ja, hier ist noch nichts weiter geschehen. Oder? Ja, nee. Nee, ja, nee. Der hat noch kein Network, weil er noch kein Network hat. Mach ich jetzt aber auch nicht weiter. Felder, ja. Felder sind schön. Auch wenn hier ordentlich der Unkraut wächst. Ganz kurz mal gucken, bewegt sich die jetzt. Genau. Hier unten wächst auch ordentlich Unkraut. Das wollten wir ja alles nochmal weiterziehen. Da hinten wollten wir nochmal weiterziehen. Ach, wir haben so viele Baustellen. Und ich nehme so selten auf. Und das eine bedingt, glaube ich, so ein bisschen das andere. Oh, hier müsste mal irgendwann die Welt sich generieren. Danke. Ja, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Deswegen haben wir so lauter viele unfertige Sachen. Und das Aufnehmen an sich, ja, geht. Und es ist aber trotzdem mit der ganzen Nachbearbeitung und so. Auch wenn das natürlich höchst amateurhaft ist alles. Ich stecke da doch ziemlich viel Zeit rein. den mehr als wahrscheinlich nötig wäre. Ach ja, die Brücke, die wollten auch nochmal irgendwann weiterbauen. Ja, von daher nehme ich eigentlich nur dann auf, wenn ich weiß, ich habe jetzt in den nächsten 10 Stunden nichts zu tun. Dann lohnt sich das auch mit der Aufnahme. Nein, also ich glaube, das mit dem Nachbearbeiten fahre ich so ein bisschen runter. Schneide dann einfach eben an den entsprechenden Stellen. Wenn dann da unten irgendwann steht, 30 Minuten, wird das halt geschnitten, ganz grob einmal aufgeteilt. Und dann geht es in der nächsten Folge einfach weiter. Machen eigentlich alle anderen Let's Player, mein Test-Let's Player, die ich so gucke, hin und wieder mal auch so. Da wird dann auch einfach zwischendrin einfach mal geschnitten. Und es läuft halt nahtlos dann in der nächsten Folge weiter. Wie genau ich das mache, schauen wir mal. Der geneigte Zuschauer sieht wahrscheinlich auch hier hinten, da ist keine Lehne mehr, da ist jetzt ein anderer Stuhl. Man sieht, glaube ich, den komischen Racing-Stuhl da hinten noch in der Ecke stehen. So wirklich bequem sind die ja auch nicht, die Dinger. Und da ich natürlich keine Rennen fahre hier auf dem Stuhl, bräuchte ich natürlich auch keinen Racing-Stuhl. Von daher jetzt schön normaler Ruhstuhl. Aber da knackst auch so ein bisschen. Warum auch immer, das wird sich wahrscheinlich noch geben mit der Zeit. Der ist halt noch neu. Naja. So, das dazu, alles andere, ja, wird sich ergeben. Hier wollten wir ja auch nochmal irgendwie ein Ding drüber, hier so einen Durchgang bauen und das man dann hier weiterlaufen kann. Also im Haus dann weiter, dass sich das hier noch rumzieht. Und dann kommt man das eigentlich dann hier gespiegelt letztendlich. Also hier der Durchgang und dann hier diese Seite und hier diese Ecke hier einfach gespiegelt, dass es wirklich einmal so einen so einen Halbkreis ergibt. Und, äh, ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Variante, was wir machen können. Dann weiß ich gar nicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich sollte mich vielleicht mal vorher informieren, was wir so machen. Ähm, hatten wir eine Höhltour gemacht? Ja, ne? Irgendwie waren wir in der Höhle und haben irgendwas gemacht, um irgendwas zu machen. Das weiß ich noch. Ähm, ja, neuer Tag, neuer Anfang, würde ich sagen. Ah, hier müssten wir ja noch so einen zweiten Dings hier machen. Gucken wir mal eben. Ähm, LV irgendwas hieß das Ding, ne? Guck mal hier. Nee, nee, Hydro, 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 Hydro. Hydro, Hydro, Hydro. Da, Hydro-MV. Oder Hydro-LV. Oh, Hydro-LV. Oder hatten wir ein MV gebaut? Ne, wir hatten ein MV gebaut, ne? Wir brauchten ja hier irgendwie der LV, der bringt ja viel zu wenig. Das heißt, wir brauchen jetzt drei LVs und einen MV. Äh, wie man sieht, ich habe übrigens noch nichts weiter angepasst. Ähm, ich glaube, ich werde das auch lassen, weil so dramatisch ist es halt auch nicht. Man braucht halt einfach die entsprechenden Materialien und ich glaube, die haben wir ja eigentlich so weit. auch nicht. Ähm, die musste man dann einfach nochmal wieder brennen, ne? Habe ich denn? Iron, 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 Clay, Clay, ja, Eisen sieht so aus, wie Eisen halt aussieht. Ähm, dann ab in den Ofen damit. Wo noch ein Stückchen Kohle drin ist, das wird natürlich reichen, wir tauschen das mal aus, so. Äh, 5, 6, 7, 8, so. Ich glaube, so ging das doch, ne? Ja, sehr schön. So. So. Dann habe ich mir das natürlich null gemerkt, wie der ein ganz anderer Kram ging. Oh, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Die letzte Aufnahme, die ihr seht, die ist ja dann auch irgendwie drei Wochen, ich glaube drei Folgen waren, das sind drei Wochen, ausgestrahlt worden, nachdem ich aufgenommen habe. Also ist das doch schon so lange her. Okay, ich wollte ja nicht Ruhe haben. Ah. Also es ist mindestens, äh, ja, sechs Wochen her. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geguckt, ach, ich wollte hier gucken, ach, Idiot. Genau, ein, ein davon in die Mitte. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt dann die Zeit finden, vielleicht mal ab und an, so ein bisschen häufiger aufzunehmen. Ähm, wie genau ich das machen werde, wird sich dann zeigen. Wahrscheinlich rede ich einfach nur und das mache ich sowieso nicht. Ich kenne mich doch. Ah, aber erst mal machen wir hier so ein bisschen weiter. Ähm, genau, Marble und, äh, gucken wir mal. so, das Ding in die Mitte. Marble außenrum, ein hier von rein und dann war das Holz und, äh, und ein Diamant oben drauf. Okay, ich glaube ein Diamant. Haben wir noch. Brauchen wir eh alle. einen Diamanten und ein bisschen Hölzer. Hölzzeug da. Jo, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Da muss man gleich mal gucken, ob das, war das eine Group? Ja, gut, da kann man auch das andere Holz für nehmen im Zweifelsfall. So, das war Nummer eins. So, bauen wir gleich mal. Ach, ich muss ja von den Scheißdingern auch noch welche machen. so, das war Nummer eins. Dann, ups, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kann man Eisen ja wegtun. Ach, So. Äh, Auch 8, na sowas. Gucken wir gleich nochmal, wie, wie das mit Brass ging. Ach ja, äh, Invalid Tooltip, ja, okay, ja, der Mod setzt, äh, meine Testversion 5.0.0 voraus, die noch in der Entwicklung ist, und da ich ja immer nur mit der normalen Version spiele, äh, geht das, nicht, ähm, gibt ein, äh, ja, ein Branch, wo Sachen dann übernommen werden, mit denen das dann doch irgendwie, oder, hin und her und hin und her, das heißt, Brass können wir erstmal nicht machen, beziehungsweise ich schon mal ganz kurz nach, wie der Scheiß ging, ähm, hoffentlich flackert das jetzt nicht. so, so, nein, Test, Technik, Brass, Alloying 2 Copper Ingots, und einmal Zink, okay, zweimal Kupfer, upsah, zweimal Kupfer, einmal Zink, ich hoffe, das kriege ich hin, äh, äh, dazu, soll ich das natürlich erstmal haben, zweimal Kupfer, nochmal zweimal Kupfer, und, einmal Zink, und nochmal einmal Zink, so, de le, äh, rein damit, jetzt müssen wir mal schauen, der hier, genau, der ist, der ist Fuel, das heißt, das funktioniert, das funktioniert nicht mehr, das heißt, das, und, jo, nehmen wir mal alles mit, zack, und, ja, Kohle ist noch drin, wo ist denn jetzt das Zink? ja, wunderbar, das funktioniert, dann können wir hier nämlich schon mal ansortieren, ach, da kriegen wir ja gleich ein paar mehr raus, sehr schön, zwei Käsings, damit haben wir, glaube ich, hier alles, ne, und, und, zweimal Holz, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, geht das ja auch eigentlich mit dem, mit den Rezepten, so, ähm, das Ding hier, stainless steel war doch auch irgendwie, ich hab's ja noch auf, stainless steel, bla 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 bla, bla bla, chromium, ja genau, chrom hab ich, glaube ich, Secondary, also stainless steel und, base being iron, okay, oh, da flackert's jetzt, jetzt nicht mehr, was auch immer da los war, also, äh, was haben wir gedacht, hier, iron, chrom und, hab ich chrom, such nicht, ich hab kein chrom, silber, lead, lead, silber, lead, kupfer, tin, und, so, hab ich in den Scheiß nicht mehr, was ist denn das, das macht doch keinen Spaß, und ich will jetzt auch nicht in die Höhle und stundenlang nach Chrom suchen, soll ja so kommen sein, oh, sieht mich an, ich bin so kommen, ich komm auch gleich hier, ah, wollen wir doch mal runter eben, gucken, ob wir da ein bisschen was finden, ohne Werkzeug ist halt trotzdem doof, diese, warte, ne, hier nicht die Mesecrystals benutzen, wollen wir hier mal wieder, schön, schön neu machen, ee, bl 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 bl, Wasser, zack, 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 und noch einmal Wasser, von hier, ee, zack, 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 dann, dann, so, und ein drittes Mal, na, 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 so, und ab in den Ofen damit, ja, Kohle vielleicht auch noch, kurz ein Momentchen warten, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich lasse das Let's Play ein bisschen entspannter angehen, so entschleunigt, so entschleunigt, äh, äh, vielleicht kurz nebenbei, äh, schön noch ein Schlückchen Mineralwasser, äh, ja, 15 Minuten im Spiel, bisher nichts geschafft, das, das ist mal gut, da scheint jetzt aber alles so halbwegs zu laufen, hier, Aufnahme läuft, 60 Frames, CPU 14%, das ist ja nix, hm, hm, hier, bin durch, er war jetzt ganz fasziniert von den Ausschlägen da, ähm, so, habe ich Holz in der Tasche, habe ich nicht, kurz mal hier hin, kurz mal hier ein Stückchen, vielleicht auch ein paar mehr Stückchen nehmen, wir können eigentlich auch noch mal ein bisschen Kohle irgendwie uns reinschaffen, beziehungsweise so viel Fackeln brauchen wir ja nicht mehr, wir haben ja die Illumination Mod, das heißt, ähm, wir machen trotzdem mal ein bisschen, dass wir so auf Nummer sicher sind, Entschuldigung, ähm, dann können wir hier schon mal ein bisschen wieder wegsortieren, das kommt hier rein, an dir, es kommt bei, kommt bei Technik mit rein, habe ich hier vielleicht noch, auch kein Chrom. Joa, ne, soll man vielleicht einen mal mitnehmen, der andere, der kann erstmal hier in die, in die Ramschkiste, ach ne, wir haben ja hier eigentlich eine, so eine Werkzeugkiste für Eimer und sowas, ne, hier ist doch hübsch, einer noch ein Item, was ist denn das, ne, zeigte ich da nicht an, sieben das, ne, ich habe gerade mal das Fenster eingeklappt, naja, ich nehme das hier mal raus, und dann müsste er doch eigentlich sagen, ach so, Gervilsief, ja, ich habe ja, ich habe ja Gervilsief rausgeschmissen, genau, das heißt, ähm, das Ding können wir, ja, Amor ist noch gut, irgendwie nicht, ne, egal, egal, bleibt erstmal da, auch nicht schlimm, ähm, ja, Schwert müsste, wir nehmen mal das Mese-Schwert mit, nur für den Fall der Fälle, ähm, Technik-Gedönse hier, kommt hier mal mit unten hin, das kommt hier oben hin, äh, der Kubelsturm, da rein, ah, hier wird sich auch ein bisschen was ändern demnächst, wieso ist hier eigentlich was drin, so, zack, äh, Lehm-Erdekies, da kommt der Gravel rein, äh, habe ja hier noch, hm, so, Futter habe ich auch, das wird gleich mal hier vernichtet, so, ach, ich bin schon, stimmt ja, ja, so, Ede, 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 Lehm-Erdekies hier, so, was haben wir gesagt hier, äh, Glas ist ja auch Sand, hm, so, ja, ein Stone-Teil, den Hydro-LV, den lasse ich auch mal hier, so, das war wirklich mit einem frischen, sauberen, neuen Inventar, um die Daten, jetzt habe ich den einmal gar nicht weggetan, ne, ähm, so, kurz mal sortieren, das hier hin, das, das, das Heckli, das kommt daneben, so, das dahin, das Schwert, nehmen wir erstmal das alte Schwert, so, dann haben wir jetzt eigentlich hier gleich wieder alles beisammen, den Eimer, Schaufel brauchen wir nicht so oft, der Eimer kommt hier hin, dann, holen wir uns mal die Fackeln ab, ich mache trotzdem einfach welche, so, 100 Stück, ja, 100 Stück müssen, müssen reichen, ach komm, so, so, eine Fackel, die kommt hier in die Mitte dazwischen, und, der Rest, das kommt wieder in die Müllkiste, ähm, irgendwo cool, das würde ich jetzt eher zur Technik zählen, so, 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 geht die Mod noch, ja, die Mod geht noch, ähm, ach, die Torches, äh, das nehmen wir mal mit, das Futter nehmen wir auch mal mit, das tun wir mal hier nach oben, dann essen wir das zuerst weg, und dann machen wir das Spannendste, was man in einem Spiel, wie man einen Test machen kann, wir gehen nochmal wieder in die Höhle, aber ich würde ja fast sagen, wir gehen mal in eine andere Höhle, ne, hier waren wir ja schon so oft drin, wir können ja mal da hinten, da bei den, genau, fast, genau, keine Privilegien, das ist auch aus, sehr schön, wir können ja mal da hinten hinter die Berge gehen, und da mal gucken, was da so ist, ne, die Map so ein bisschen laden lassen, mal so ein bisschen die Welt generieren lassen, die Datenbank größer und größer werden lassen, Und dann schauen wir mal. Weiterer Punkt, warum ich nicht so oft aufnehme, ist ganz banaler und ganz harmloser, ganz kleiner, ist eben genau das Problem hier. Liegt halt daran begründet, wie mein Test entwickelt ist und funktioniert. Sobald man einen Server startet, ist man automatisch dann auch der Administrator von dem Server. Auch wenn man sich die Berechtigung wegnimmt, trotzdem hat man dann alle Berechtigungen, die es irgendwie gibt. Das ist ziemlich nervig, deswegen muss immer erst einmal der Name umgestellt werden und dann muss der Server mit dem Namen gestartet werden und muss man joinen. Und das ist so ein bisschen aufwendig. Plan ist natürlich irgendwann mal das Ganze selber. Das ist natürlich auch schön. Schade, dass es hier nicht lädt, dass es nicht funktioniert. Das Ganze selber mal irgendwie zu hosten auf einem System, was dann eben permanent läuft, dass dann eventuell auch mal von extern erreichbar ist. Dass man dann auch mal vielleicht mal zusammenspielen kann. Was dann eben wirklich dedizierte Hardware ist und es dann auch keine Probleme gibt mit dem Spielen. So, in die Richtung ist ganz geil. In die Richtung ist halt noch nicht geladen. Ist so ein bisschen doof. Naja. Ja, aber das ist so der langfristige Plan. Ich warte jetzt erstmal auf mein Test 5.0.0. Bescheuertes der Versionsname ever. Gut, äh, anderes Thema. Äh, warte erstmal auf den nächsten Release und dann gucken wir mal. Ähm, weil da wollte ich nicht jetzt mit einer alten Version noch anfangen, sondern da wollte ich direkt mit der frischen neuen Version direkt sofort losstarten. Ähm, dann auch mit einer neuen Welt natürlich. Ne, ganz klar. Aber die spielen wir jetzt erstmal hier noch so lange zu Ende. Wir wissen doch, wie das läuft. Bis die Version released ist. Naja, jetzt ist ein Feature-Freeze. Ich glaube, der zweite Feature-Freeze inzwischen sogar schon der eine ist. Einfach stillschweigend ignoriert worden. Äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Und, ähm, jetzt soll, äh, wohl Ende Januar, äh, was rauskommen. Wird wahrscheinlich eher Februar oder Mitte März werden. Wir wissen ja, wie das läuft. Eigentlich keine blöde Idee, wenn man hier jetzt mal sagt, dann tun wir das hier mal in die Mitte. Dann kann man die nämlich auch gleich placen. So. Werden jetzt natürlich insgesamt weniger Fackeln werden, weil hier natürlich dann auch schön ausgeleuchtet ist. Du brauchst also eigentlich nicht. Oha. So, hier ist Sackgasse. Ja, das war dann die Höhlentour. Äh, wir gehen wieder. Äh, Silber. Silber ist, äh, nicht gewünscht. Das ist ja echt ein bisschen Mauer jetzt hier. Wie man mir erhofft. Naja. Hauen wir wieder ab. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo ein Loch ist. So. Da hinten ist, guck mal, hier ist auch noch was. Schauen wir hier mal rein. Die Höhlentür war noch kürzer. Gut, alles klar. Ja. Schauen wir hier oben mal nach. Oh ja, hier ist eine Höhle. Auf jeden Fall. Da hinten sieht es irgendwie so höhlich aus, ne? Oder ist das einfach nur ein Abhang da hinten? Genau, einfach nur ein Abhang sein. Na ja, gucken mal. Hier ist auf jeden Fall noch ein Wald. Ah, hier ist ein Dungeon. Schau mal einer an. Ein Dungeon. Da ist doch bestimmt auch ein Dungeon Master drin. Nein, würde das nicht der Fall sein. Gibt es denn hier irgendwie Loot? Auch nicht, ne? Ah. Spektakulär. Wow, ich bin begeistert. Oh, dieser Dungeon. Oh, meine Güte. Wow. Such deep. Wow. Ja, gut gelaufen würde ich sagen. Da ist doch hier noch kein Dungeon, aber hier geht es runter. Und hier wird es wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer runter gehen. Wollte gerade sagen, irgendwo geht es doch hier noch runter. Und hier ist Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Da ist eine Spalte. Ich glaube, ich springe mal in die Spalte. Das ist spannend. Hier geht es wahrscheinlich schneller runter als da hinten auf der anderen Seite. da. Joa, die Illumination, ich wollte gerade sagen, irgendwie. Unter Wasser funktioniert das nicht. Aber kein Problem. Oh, keine Fackeln mehr. Hm, hm, hm. So. Gut, dass ich doch ein paar mehr gemacht habe, ne? Gut, dass die Fackeln wasserdicht sind. Hm. Schauen wir mal hier. Joa, das ist glaube ich auch auch Silber. Ich lasse das jetzt an. So, Silber. Ich will doch nur ein bisschen Chrom farmen. Silber. Kann man überhaupt Chrom farmen? Silber. Silber. Könnte ich eigentlich auch alles mitnehmen, oder? Ich habe mir ja nur extra eine neue Hacke gemacht. Zink, zink, zink. Hoppala. Habe ich ein ganz kleines bisschen erschrocken gerade. Komm, komm hier. Komm hier. Joa, 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 joa. Ach, Jung. Jetzt stimmt doch. Geht doch, danke. So, ähm. Gucken wir mal weiter. Was ist hier noch? Ja, toll. Du hast dein Pinkelbecken bewacht. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hm. Joa. Da ist auch nichts weiter. Komm hier. Zack. So. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dieser Mod. Die macht das Ausleuchten so ein bisschen. Oh, jetzt kommt hier. Oh. Ganz toll gemacht. Ganz, ganz toll gemacht. Zack. Zack, zack. Was ist das jetzt? Was stehst du jetzt? Was stehst du hier? Jetzt war es das. Okay. So, also wie gesagt, mit der Mod, äh, ja. Sie macht Licht und, äh, ist ganz nett. Ähm. Aber so, so ausleuchtungsmäßig ist, glaube ich, äh, man lässt halt doch viele Lücken, ne? Man braucht ja keine Fackel setzen. Ihr könnt natürlich hinlaufen. Alles gut, ne? Aber hier ist halt trotzdem finster. Vielleicht mal für den Notfall oder so. Da ist ein miese Monster. Da sind zwei miese Monster. Na, wo denn bist du getriggert? Ja, du auch. Ah, zin, 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 zin. Hallo. Na, du. Wieso stehst du auf meinem Kopf? Danke. Der ist also hier die Treppe hochgekommen. Okay, dann kann ich hier auch die Treppe mal runtergehen. Das ist miese Monster. Hallo, miese Monster. Pum. Ja, es ist...